Hi, da bist du ja wieder. Freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen schon bekannten Hintergrund. Oh mein Gott, meine Katze springt irgendwo hin. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu lauten. Aber das kennt ihr ja schon. Und ich habe diese beiden Topfen, einige diese Schwämme. Und damit streiche ich wieder was. Mikrofon. Ich weiß, ich habe das Video schon mal gemacht, aber ich finde das so toll. Ich will das einfach nochmal haben. Okay. Gut, ich mache das ja eigentlich nur für mich. Das würde ich auch machen, wenn ich das alles nicht aufnehme. Nein, Scherz, ich mache das natürlich für dich. Okay. So, ich mache den gehen ein bisschen. Obwohl, nee, ich kann ihn mit der wieder höher drehen, wenn es zu leise ist. Fangen wir an. Das Ding können wir ruhig ein bisschen höher. Oh, die Katze. Die möchte ins Schlafzimmer, aber darf die nicht rein. Boah, wie sie heult. Okay. Okay. Das Ding, ich mache 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 das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020